Bauschutt und Boden, richtig aufbereitet, ein Rohstoff von hohem Wert. Und dafür sorgen wir, fachgerecht und umweltbewusst. Lückenlose Protokollierung und Videonachweis sichern Rückverfolgbarkeit und damit den Umweltschutz. Zerkleinern, trennen, Klassieren, Verantwortung braucht Sorgfalt. Das Brechen des groben Schutz erfolgt in einer von uns selbst entwickelten Anlage und in einer Eigenziefe gebauten Halle. Das bietet Lärmschutz für die gesamte Anlage und ihre Umgebung. Modernste Technik, menschliche Expertise und Automatisierung sichern die perfekte Trennung der Rohstoffe. Stein, Metall und Holz. Alle Baustoffe werden sorgfältig getrennt, zerkleinert und aufbereitet und in ihren Kreislauf wieder zurückgeführt. Anpassbare Siebgrößen für die gewünschten Ergebnisse. Denn unterschiedliche Korngrößen ergeben unterschiedliche Grundstoffe. Für Fundamente, Straßenbau und Pflasterung immer das richtige Produkt. Unsere Erfahrung zum Vorteil unserer Kunden. Auf einer der modernsten Anlagen Deutschlands. Qualität und Umweltschutz gehen Hand in Hand. Damit übersteigen wir bei Siebers sogar die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und sind damit bestens vorbereitet auf kommende gesetzliche und gesellschaftliche Ansprüche. Mit uns auf der sicheren Seite. Gebrüder Siebers Tiefbau. Recycling ohne Wenn und Aber. Gebrüder speichern vor eine